Na dann, das hätten wir. Achso, über das Seil können wir nicht drüberhüpfen, aber übers Brett. Interessant. Okay, Dutch ist jetzt blockiert. Und jetzt können wir aber auf die, auf diesen Viehauftrag gehen. Achso, jetzt ist er wieder da. Aber dafür ist Lenny weg. Aha. Ich hätte schon gern alles gemacht, bevor wir eventuell umziehen. Hey, guck mal, ist Jack. Er hat uns doch Süßigkeiten geschenkt, da braucht er doch auch nicht. Okay, Uncle. Nell 2, Sabino. Nee. Achso. Den kann die nur nicht. Vieh stehlen. Vieh stehlen. Oh, don't be like that. This is a good one. Yeah, it always is what you do. Until we start getting shot at. Well, if you've been shot at my cow, who's cow's? He's a drunken rancher up at Hill Haven Ranch. He's such a flop, that we could take a whole marching band up there and steal. And he still wouldn't wake up. And he's a son of a bitch. He said unkindly things about me. Well, you ain't all bad then. I owe you after last time. This could be my make good. I don't know. I need you. You know those two bastards that I saw a nice stop. Sure, I know them. But I don't like them. I'll give you 60% of the take. How many cows? I don't know. I don't know. Small herd, I guess. 20, maybe? 20, no? Come on. Ha-ha! Wieder durchs Rad gegratcht? Falsches Rad. Hey, please mount up! So where's this ranch? It's right in the middle of Scarlet Meadows. Just past the road's turnoff. Na ran, auf geht's! 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 Na ran ran, auf geht's! Na ran, auf geht's! Na ran, auf geht's! war keine absicht mit dem schuss dachte ich kann das geil gemacht das war schon mit den schafen voll cool jetzt kann man wieder die maske abziehen bzw ach das ist wieder der vieh trailer der worauf die pferde kauft schön bei der herde bleiben so das hätten wir die beiden zwillinge so hey there what you got cattle well i can see that whose cattle yours now if the price is right i can give you 50 bucks okay 50 bucks each times 20 cattle no no 50 total this is so here's cattle he knows me i can't do better than that i'll have to move them right away we'll take 200 friend but i got costs 150 75 and not a dollar more 100 and i don't shoot you so menacing clive pay your friend here hm hm bye now be careful out there this is nasty country hey don't forget to put some in the pot of course like i told you easy sure i guess i'm headed home you coming nah i'll see you later irgendwie nicht so lukrativ wenn nämlich schwarz aber mein gott was ist da gesperrt oh kopfgeld oh kopfgeldjäger gibt es auch noch die finden uns nie falsche richtung jungs hihihi 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 nun gut hier könnten wir wieder eine postkutsche uns organisieren aber wisst ihr was wir zahlen mal schnell unser kopfgeld wir gehen das nämlich ziemlich auf den sack immer mich nicht so frei bewegen zu können wie ich es gerne hätte hallo naja 165 für ruhe ist ok mittlerweile nun gut ab zu dutch oder zu dutch wir gehen zu dutch wir gehen zu dutch ich denke nämlich dass wir jetzt das lager umziehen werden gehe ich fast von aus wäre eine logische folge nachdem die old riscalls da waren und wir jetzt auch noch in saint denise eigentlich nicht den besten ruf weg haben aber möglich wäre natürlich auch dass wir jetzt die bank überfallen in saint denise das werden wir jetzt rausfinden fängt es jetzt schon wieder an zu schiffen im momentan ist echt scheiß wetter in dem spiel das geht ich gehe nur für das probere Kot, Achtung, Füße ja ja ich komme hoch brauchst nichts sagen brauchst nichts sagen ich hab doch gesagt du brauchst nichts sagen er ist voll der ungeduldsbolzender Typ hallo ey das ist Abigail ich kann mich noch nicht glauben dass das mit Ciaran zu passiert ja schlechtes Geschäft okay vergiss mich jetzt bist du okay ich werde ich hatte immer einen schweren Platz für das Ciaran bist du okay ja nur über Ciaran ja er war immer auf dem Zeitpunkt so hast du auch noch was über Ciaran zu sagen achso das ist die hat sich da nur hingeholt ich dachte es wäre noch jemand anderes gibt es ja nicht achso achso kannst du ja nicht hier einfach pennen da ist jede Hilfe zu spät man tja tja Dutch dann erzähl mal ach er hockt auch da ja We take an insult and scurry off like cockroaches or deal with business the right way? We don't need to take revenge. We hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us. Before we do that, we need to put him out of commission. I disagree. There's always an easier way. There ain't no easier way. Now I know his type. He is a vindictive little power broker who rules by fear. Now we pull that stunt in his cesspit of a town. We're doomed. You wanna leave this place? Leave this country? We need that money. Just don't feel good Dutch. This is it. This is the last job that we are ever gonna pull. Before the year is out, we are gonna be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital. And we need to leave. You know it. I know it. Forgive me if I can't think too much about the mango harvest. This is it. Trust me. Arthur. I want my beard again. I want my beard again. It's business, well. Business is business. Angelo Bronte stands between us and our future. You'll damn us all. Arthur, come on. You better be right about this one. I am. I've heard that before. And usually I've been right. If you say so. Quit doubting, Arthur. It does no favors. Come on. We need to go see a man about a boat. A boat? We're headed to a settlement called LaGras. I met a boatman there called Thomas who knows these waters like the back of his hand. Why do we need a boat? So we can attack Bronte's mansion from the swamp. Catch him off guard. He knows we survived the trolley station. So he'll be expecting some kind of reprisal. Alright. Okay. Makes sense. See? I do still possess some capacity for rational thought, Arthur. I'd like to look at where Lagras is. Was that not somewhere here? Ich glaube, das ist nämlich die Villa. Oder das. Lagras habe ich schon mal irgendwo gelesen. Le Moyne. Hm. Okay. Lassen wir uns überraschen. Wir müssen ja nicht immer alles gleich wissen. Okay. Follow me. Ich fülle nur kurz auf. Thank you. For what? For taking my side back there. It ain't about sides. Feels like Jose has lost his spine. This move on Bronte. Is it for the bank job? Or revenge for what happened at the trolley station? Both. Neither. Was ist das? Wir brauchen den Banken. Und Bronte hat die Polizei und alles andere in Sandinie in seinem Backpocket. Er hat uns auch gelegt. Und, dass wir uns vergessen haben, hat der Junge Jack genommen. Ich verstehe. Wir haben einfach viele Pots auf der Bühne, von allen Leuten, die uns beherren. Ihr alle scheint zu vergessen, wie Geld ist gemacht, und was es braucht, um 20 Menschen zu unterstützen. Nichts, was es braucht, um 20 Menschen zu geben, eine neue Leben auf der Bühne. Mit all due Respekt, Dutch, ist das Tahiti-Plan wirklich gut? Du sagst mir, Arthur. Ist es? Hab' ein Gott-Damm-Faith! Ich stehe nach hinten, um ein Zukunft für uns zu machen. Ich weiß, aber... Aber, aber, aber... Wenn du bist so kleinartig? Wenn du möchtest, dass wir die Familie verbreiten, gehen unsere separate ways, sagst mir einfach. Natürlich nicht. Das ist kein Kampen. Ich bin nicht, dass jemand zu bleiben. Also, wir sind in diesem Zusammenhang, arbeiten zusammen, um zusammen zu gehen, oder wir sind nicht. Es ist einfach keine Realität, in der wir nichts tun tun, und alles tun. Ich weiß. Du bist richtig. Nein, wir sind relativ gut gelungen an. So, das ist der Zollgelogen. die sind schon ein bisschen wie geschwister die zwei also die pferde nicht da schon er ist auf dem rechten auge bild so schluck we were hoping you could roll us in quietly one evening around the back of his house if anyone can i can we'll pay you for your trouble if you bringing him trouble it won't be no trouble for me good business partner jewels he's out on the skiff i need to check with plus i need to check the traps would you come with me of course die verschwendung wieder raucht boom we take more than a prehistoric reptile to scare you surely i just want to see you meet your match when it comes to an aging predator with a big mouth that's arthur here is something of a comedian thomas more of a gesture than a gunslinger well if you say so mr dutch this this way come on this way follow me here and stay on the high ground you call this ground it feels like water to me down here we can't be too picky there mr arthur got a couple of crayfish traps up ahead hmmm da vorne war doch schon alligator ich dachte wir gehen jetzt braunte überfallen und nicht hier da vorne liegt auch eine leiche siehst du das x unten okay to you can see why evenin swamp waiting hasn't caught on as a pass time can you Ich liebe es hier. Peaceful. Nobody's bothering you now. Except for the night folk sometimes. The night folk? Yep. Some strange people around these parts. Wilder than the animals they are. Well, this just gets better and better. Come on. Like I said, we need to be lively here. Entschuldigung. Alter, das wird doch nix. Das wird doch nix. Das ist mich verarschen. Nett. Waffennass. Hose nass. Schuhe nass. Hemd nass. Weste nass. Zum Glück ist der Hut trocken. Irgendwas passiert doch gleich. Oh. 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 mhm, legendärer Alligator. Wie die Lampe in die Tasche passt. Oh. Drei Stück. Dann wissen wir ungefähr, wo dieser Alligator sich auffällt, der legendäre. Ich hoffe, dass diese Wasserspuren hier keine Alligatoren sind. Jetzt flippe ich aus. Da haben wir auch das Festland drauf. Hoffentlich liegt da keiner. Hey, ist jemand da? Hey! Jules! Wir gehen mal hier auf die Inselgruppe. Vielleicht sehen wir da mehr. Hallo? Hey! Ist jemand da? Jules! Hmm. Hallo? Hier! 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 Hey! Du hast mich in der Nähe! Ja, wo er geht? Es ist da. Was? Der Großartige Gator. Großartige Gator. Großartige Gator, großartige Gator. Großartige Gator. Er hat mich aus dem Boot und versucht mich hierher. Du musst du Jules. Ja. Wo ist das Boot? du bist. Oh-oh! Und wo dieser Monster ab nun geht? Ich glaube, es ist sicher. Ich weiß. Ich habe einen Schiff. das ist über hier. Oh-oh. Ich weiß nicht. Wir merken uns die Stelle kurz. Moment, Karte. Hier in dem Bereich. Ach, hier lag das, genau. Ich bin hier allgemein. Was ist du in der Schraubung? Das Gator war groß, Thomas. Wie groß ich, wie ich habe. Wie groß ist. Nase! Ich denke, wir haben einen Schraubung. Ich dachte, wir wären klar. Du gehst in und zerstören uns zu. Ja, mach es. Es wird dir einen Moment, Junge. Das ist eine schlechte Idee. Wir werden sehen, wie ein großer Monster. Er hat selber davon vorhin erzählt. Alter, ich sehe es so kommen. Ich sehe es so kommen. Achtung, Leute. Ich sehe es so kommen. Bööööööw. Nur für den Fall. Alter, alter! da sie über die welle rein wer spielt mit dem schöne blutspur alter ich hätte sie gucken soll ich habe gewusst ich habe es gemacht alter alter f*** dich schneller schnell, 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 komm oh, nehm, du bist okay, Jules, just hold on he's still coming oh, he's not leaving, he's still coming oh, he's not leaving, he's still coming it's coming right, Paul I think he's going hmm I've stopped the bleeding I think he'll be okay if he don't get a fever we can bring down a fever a fever is the least of our worries look who's back goddammit pull it every pull it you got damn nimm doch beide revolver in die hand geh in den scheiß deadline-modus let him get any closer okay I think it's had enough now jeez can we get back now? oh you're gonna be okay, kid sorry, Jules guess all those stories was true big and bad that's unusual normally the little ones angry big ones is lazy yeah I guess he never outgrew his anger kinda reminds me of you, Arthur you know I don't think I've ever seen you squirrel before, Dutch I weren't the one squirrel yeah, well you weren't in the water with and this poor boy was nearly dinner can we get some help? Jules been bitten oh my god there's a monster out here he's been bitten, but he's alive just keep him warm feed him garlic for the infection thank you both of you I'm at your service anytime you need thank you, Thomas where can we find you? you just meet me back here very good can one of you help me put the boat back out? sure I'm gonna head back to camp and placate the irritable Miss O'Shea who's causing more trouble I'll collect the boys meet you back here, Arthur Mr. Arthur? old Brutty bad man I know kill some good folks heard a lot of people but he definitely lacks a certain charm I'll see you soon be safe you got monsters well and I'm saying look I'm just thinking look not back look not back look not back and then I'm going to turn on R3 so that he's looking what's going on? exactly that a good face and you